immer noch keine spur was soll das hässliche headset und damit hätte die beleute und herzlich willkommen zum zweiten video von blood and truce wir sind ja jetzt im untergrund war uns ja so ein dämlicher anthony scherper übernommen hat wir müssen unser vorgehen besprechen wohin hat er macht das nur weil der tod ist dafür ist er nicht groß genug erhält sich aber für groß genug wir müssen hart zurückschlagen sonst sind wir erledigt für den kellerraum hier privat party in seinem casino da könnte er genauso gut auf dem mars sein ja seine besten männer werden bei ihm sein dann wird erwarten dass ich da auftauche auf keinen fall rein du hältst dich da schön raus es könnte klappen nein das ist wahnsinn hast du mir eben zugehört du mischt dich dann nicht ein ich gehe rein und wieder raus bevor jemand merkt was los ist ich werde mit leute die sehr viel zu spüren als toni scharpe ryan hat recht was zum teufel denkt ihr euch denn bloß nicht aufhören das wissen wir haben rein ist soldat aber es ist nun mal kein anderer nicolas es ist dein bruder okay gut immerhin wissen wir wo toni heute abend ist wir können abwarten wohin er danach geht und dann zu schlagen warum das riskieren wenn wir die chance haben ihn auszuschalten sollten wir es tun na gott wir holen dich beim ersten anzeichen von erga da raus so pasta 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 haben wir waffen schauen wir mal komm mit jetzt erst das versteck hier war ich seit meiner kindheit nicht mehr kürzlich also so auf kauf typische alte lieber kauf gut dass wir es noch haben was ja dann wir ein bisschen rum was ist das Nehmen wir Ganz schön klein, da Nehmen wir Ach, verdammt Ich hab gar nicht gesehen, was die Kacke kostet Egal, was ist das? Cool, ne Sprügelsohle Da kommt aber nichts raus Seht aber komisch aus Ja, auch nett Granate! Wir müssen in Funkkontakt bleiben Ich such dir ein Headset Was ist das? Ich glaube, ich brauche etwas Sprengstoff Ich tue mein Bestes Boah, Alter, mit dem Ding zu schießen ist echt un... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das hier? Boah Junge, bin ich ein Pro! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Was ist das denn jetzt hier? Ich kann nicht spielen Oh, wie süß! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was kann ich damit jetzt? Egal, ich will Da will ich erstmal hin Da Immer eine VR-Brille Und eine X-Box Ich wollte schon pusten 4 matches Auch nie Okay Ich dachte, ich habe da drunter wie eine X-Box Sachen Ich wollte schon zeigen, wer jetzt Da Was ist das? Frauendeko? Okay, du wirst Gobi! Mal gucken, ob ich da hoch kann Boah, wo wirst du hin, Bro? Junge Digga, wie wirst du denn? Wenn du nachher so Granaten wirfst, dann wird das nichts So, ähm, habe ich alles? Dann gehen wir mal weiter Das Bett, da ist irgendwas Ich habe keine Ahnung, wie ich brauche, aber... Oh, die habe ich da Oh, die habe ich da Lass mich nochmal drücken Lass mich nochmal drücken Lass mich nochmal drücken So, rein nach Oh, was ist das für eine Bude? Oh, Nackenschmerzen Da kann ich nicht rein Da muss ich da hängen Boah, Digga Ja Der Riegel muss weg Hopp Hopp Stopp Digga, ich bin richtiger Ninja Ich habe mich in den Punkt der Wachen gehackt Wir können Ihren Kanal mithören Verstanden Wo wirst du denn hin? Junge, wo wirst du hin? Immerhin Ja, gibt's sogar Boah So, Spaß und weiter Weiter geht's Wo sieht denn hin? Ah, nötig zu schaffen Na, ich wollte Klimmsüge, Mann Ja, da muss ich gehör wirklich, Mann Ja, da muss ich gehör wirklich, Mann So, zieht sich, zahlt sich das zu Rudern und auch aus Einen erfolgreichen Abend Tut also so, als wäre ihr anwesend und benehmt euch Nein, hast du das gehört? Du hast dich mal hier verdammt Tone ist nicht hier Was? Dann werden wir ihn einfach als Geisel nehmen Da ich nicht Und ich dachte, wir einen MP Jim, Börger, zurück Ich brauche eine Karte, achso Hier ist auch mal, mit der Kamera los Zwei Gut. Nummer drei. Hey, den kennen wir doch. Soll ich das warte? Nee. Nummer vier. Okay, den passen die. Warte, wir haben einen Eingang. Eine Kamera? Ich warte im Keller. Im richtigen Moment riecht er den Strom ab. Gut, ich platziere den Sprengstoff. Sieh zu, dass du draußen bist, bevor es losgeht. Oh, der ist weg. Muss hin. Verstanden. Ja, weiter. Wo denn? Da ist er noch. Wow, wow, wow. Chill. Bip. Neh, die Aufzüge. Keine Ahnung, man. Da steht irgendwie mal einer. Wo ist der Typ denn? Was muss ich denn? Da runter, Kitsch. Welche Etage? Da ist jemand. Und jetzt? Shit. Wo bist du hin, Kitsch? Komm, Sean. Komm, Sean. Ich glaube nicht, dass du hier bist. Ah, schon. Was ist der Typ? Da ist er. Ich schalte den Strom ab. Und zwar jetzt. Die Kameras sind offline. Los geht's. Und zwar. Oh, oh, oh. Ich kann nicht drauf achten, ob hier anders steht. Boop. Und. Boop. Okay. Ah, man, ein Kabel hängt. Chill, 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 chill. Nein, 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 nein. Ah, wo ist das Kabel? Dieses dämliche Feuerkabel, ne? Wie mal zeigt das die eine machen ohne Kabel. Ah, so. Ah. So ist das schon entspannter. Was zum. Okay. Platziere das C4. Jetzt den Zünder. Zünder angebracht. Roter Knopf zum Scharf machen. Boop. Aktiviert. Ich muss das C4 gut im Raum verteilen. Das kann ich nicht sehen. Wenn ich da jetzt drauf schieße. Hören die mich. Eigentlich. Da. Zerfie. Geno. Wip. Bip. Hallo. Bick dich, bick dich, bick dich. Was war das? Oh nein. Noch ein guter Platz. Verdammt. Ich muss mir doch hier ein bisschen durchballern. Ich warne dich. Siehst du den roten Punkt auf deiner Stirn? Dich mache ich fertig. Oh, scha- Scheiße. Mach ihn mit nur einer Kugel fertig. Digger. Boah. Ist der Meisterschütze. Boah, hier zu schießen mit zu zielen ist... Der macht es nicht mehr lange. Mach ihn. Hab ich dich. Wo schießt du denn? Boah, ich blute. Boah, ich blute. Digger, was ist das? Dann hören wir mal mit Kitsch. Mal sehen, was wir über Toni rauskriegen. Nimm den Aufzug, der sollte noch funktionieren. Da haben wir mit schießen, ist eigentlich... Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also zielen. Präzisionszielen. Wo ist denn der Aufzug? Der? Er ist doch ein Aufzug. Digger. Verteilen wir mal ein bisschen zu viel hier. Also ich sehe keinen Aufzug. Wieso kniet der eigentlich die ganze Zeit? Was ist denn hin? Ah, jetzt, würde ich sagen. So. So. Okay, soweit mich mit dem Arm jetzt nicht weg. Oh, ich muss über alles hinsetzen. Ah. Ja, soweit ist. Ich mache ich fertig. Boah, es ist nett. Oh, es ist gerade richtig. Man kann hier. Digga, das heißt aber echt. Geht schon zu zimmer. Boah, was ist zimmer los? Verstanden. Das endet hier. Scheiße. Da ist der höchste... Da ist der höchste... Da ist der kleine Scheißkerl. Scheiße, holt alle her. Scheiße, holt alle her. Oh, es ist echt. Ja, komm weiter. Da ist der kleine Scheißkerl. Digger, was ist denn jetzt los hier? Komplette Technik spacken gerade. Das ist aber... What? Darf ich dich jetzt platt machen, oder was? Was? Was ist denn jetzt los? Ich stehe hier. Ich stehe hier. Ryan, wir brauchen ihn lebend. Gut. Na, Kitsch, erinnerst du dich an mich? Ach, scheiße. Ryan, lass ihn nicht entkommen. Hä? Ich hab den noch erschossen. Du hast Kitsch getötet. Was? Ich hab den noch ins Bein geschossen. Mehrfach. Digger, was ist denn jetzt los hier? Ich stehe einfach mal... Hier sind meine Hände. Echt? Boah, Digger, ist das ja gerade richtig ätzend. Ich bin einfach mal so durchgerannt. Ich bin einfach mal so durchgerannt. Ich stehe hier nicht bloß rum. Du hast so... Ein letzter... Alter, ich schritte. Ja. Ja, Junge. Ich spack gerade alles rum. Ja, so liebe Leute. Ich will sagen, ich wehne hier noch mal das Video. Weil irgendwie tut die gerade gar nichts mehr. Ich glaube, da ist es gerade einfach zu Ende mal im Zimmer. Weil hier scheint gerade voll die Sonne rein. Obwohl ich es schon etwas verdunkelt habe. Und ähm... Weiß nicht warum. Ähm... Ja, mal gucken. Ähm... Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wäre echt cool. Würde mich freuen. Und äh... Wäre auch cool, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Wenn ihr Bock drauf habt. Aber das Spiel macht echt Bock. Muss ich sagen. Wäre echt cool. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Und... Schön mit Öl. Oder einfach schön mit Öl. Die ist schön mit Öl. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Vergesst nicht mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.